Du suchst einen Ausbildungsplatz oder ein duales Studium? Dann bist du hier bei der CRT genau richtig. Wir erzählen dir mehr. Ich bin Melissa und mache die Ausbildung als Industriekauffrau. Hey, ich bin Anna und mache ein duales Studium im Bereich BWL Industrie. Ich habe damals zu CRT gesagt, dass ein großes und internationales Unternehmen von aktuell 2400 Mitarbeitern ist. Gleich am Anfang habe ich gemerkt, wie sympathisch hier alle sind. Schon mein Bewerbungsgespräch habe ich mich total wohl gefühlt. Die CRT ist ein innovatives und nachhaltiges Unternehmen der Chemiebranche. Das heißt aber noch lange nicht, dass es hier nur Ausbildungen im Chemiebereich gibt. Als Azubi hast du in jeder Abteilung eine Ansprechperson, zu der du jederzeit gehen kannst und die dir immer auf Augenhöhe begegnet. Hier darf jeder schon von Anfang an aktiv mitarbeiten und kann dadurch sehr viel lernen. Die CRT fördert die Gemeinschaft durch Gruppenaktivitäten wie Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste aber auch durch das gemeinsame Mittagessen in der Kantine. Ich würde die Ausbildung bei der CRT jedem weiterempfehlen, der Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben hat, gerne im Team arbeitet und eine qualitativ hochwertige Ausbildung sucht. Die CRT ist wie eine große Familie. Jeder hilft sich gegenseitig. Wir lachen gemeinsam und ziehen für die CRT an einem Strang. Außerdem sind die Übernahmechancen und die Bezahlung sehr gut. Sag jetzt zu CRT. Bewirb dich jetzt!